Du hast deine versiegelten Ferse erhalten, du hast die Magie dunkle Hand erhalten. Schlage mit einem mächtigen, magischen Arm auf Gegner ein, aufladen, um die Größe des Arms zu erhöhen. Das ist wirklich ein Magier. Lass uns raus. Erinnert an Bayonetta? Ich glaube, das ist sogar von den gleichen Entwicklern. Ich glaube, das ist auch ein bisschen am Gameplay, dass es spielt sich halt so... Das ist gut, Schro. Ich habe mich so schwer zu kämpfen. Ich habe mich so schwer zu kämpfen. Das ist mein Name, Kai-Ne. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in der Stadt gehört habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verletzt habe. Gehen. Ja, das Studio, Platinum Games, Publisher, Square Enix. Also so war es bei mir Automata. Ich denke mal, es wird auch nicht anders sein als Replikant. Ja, war die auch noch drauf. Babylon ist voll mit Mega. Aber bei dem Spiel haben sie halt den Vorteil. Es ist ja... Ich weiß nicht, ein Remake oder ein Remaster. Ich habe keine Ahnung. Es soll ja... Der Teil vor Automata sein. Der mir total durch die Lappen gegangen ist. Deswegen ist das sozusagen für mich als Neuland. Und ich fand Astral Chain ja auch schon mega. Also Astral Chain, wo das rauskam in dem Jahr, war das für mich das Spiel des Jahres. Weil die hatten so viele Nebenmissionen dort, die zwar ähnlich teilweise aufgebaut waren, aber irgendwie trotzdem immer was Neues war. Was machen wir als nächstes? Schauen wir nach Yona. Das ist immer noch wichtiger. Erst nach unserer Schwester. Schauen wir. Aber ich denke mal, Babylon's Fall, da wird der Release vielleicht gar nicht mal so weit weg sein. Denn wir haben noch nicht einen einzigen Release für Ende des Jahres. Und ich tippe mal, dass halt so Babylon's Fall vielleicht Ende des Jahres erscheint. Ich weiß ja nur, was so bis jetzt Juni so alles rauskommt. Und da kann es auch immer noch neue Release-Termine kommen. Ich denke mal, zur E3 werden wir vielleicht mehr wissen. Also zur Online-E3. Die wird ja, denke ich mal, online stattfinden. Die letzte Stadt ja gar nicht... Die fand ja gar nicht statt. Fahne schade, dass sie nicht mal online was hatten. Und so vereinzelt immer was kam. Ja, Platinum Games ist auf jeden Fall immer... ...mega. Ich habe zwar noch nicht so viele Spiele von denen gespielt. Also bei Yonetta-Reihe habe ich nur so hin und wieder was gesehen von. Ich gebe mir das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020